Sлавa Bogu, друзья! Preis den Herrn! Gesegnet ist unser Herr, der uns gerettet hat. Nicht nach unseren Taten, sondern nach seinem Willen und nach seiner Gnade, die er durch Jesus Christus uns erwiesen hat. Noch vor aller Zeit. Aber wo diese Rettung zu uns kam, durch das Korn Jesus Christus auf die Erde, und der Herr hat uns gerettet und uns freigesprochen in seinem Schirm. Und durch ihn hat er uns das ewige Leben geschenkt und kein Tod. Preis den Herrn für ihn. Wir haben schon von Anfang an heute gehört, von der letzten Zeit, in der wir heute leben, in dieser unruhigen, vielleicht auch bedrückenden Zeit, denn wir haben irgendwie keinen Ausweg aus dieser Situation. Heute sprechen absolut alle über diese Pandemie. Und darüber kann man noch viele Fragen offen lassen, auf die die Menschen eine Antwort erwarten. Aber die Antworten sind so instabil. Dass wenn der Mensch sogar eine Antwort bekommt, er dadurch noch viel mehr Fragen offen hat. Wir leben heute in einer sehr instabilen Zeit, wo die Menschen sogar in der Ökonomik zweifeln, in der Wirtschaft einfach instabil sind. Instabilität auch in der Politik und in unserem Gesundheitssystem überall in der ganzen Welt gibt es diese instabilität. Und das ist nicht nur die Menschen der damaligen Zeit, die heute mit dem, nein, die Menschen aus der Welt, nicht mit Gott leben. Das betrifft auch uns, die gläubigen Menschen. Denn wir hören das alles, und wir reagieren darauf. Der eine regt sich vielleicht auf. Der andere ist unfreundlich damit. Und ein Dritter sagt vielleicht sehr böse Worte gegenüber dem anderen. Ein anderer macht vielleicht noch etwas Schlimmeres. Und dadurch bekommen wir in unserem Herzen eine negative Atmosphäre. Wenn wir ins Internet schauen, können wir sehr viele Predigen über die heutige Situation finden. Das sind viele Predigen, oder die meisten Predigen, die zelenabhängig sagen, dass sie keine Angst in den Herzen tragen, dass sie wieder diesen Frieden empfangen, dass sie wieder diesen Frieden empfangen, dass die Menschen mit Liebe sind, sich füllen. Denn das ist genau das, was wir heute unbedingt brauchen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, von dem, was heute gesprochen wurde. Ich sehe einfach so einen Zusammenhang, eine Linie, dass Gott uns zu sich nähern möchte. Lasst uns gemeinsam Jakobusbrief aufmachen, vier. VIII. Mein Stich ist so geschrieben. VIII. VIII. Und er wird sich euch nähern. Wisst ihr, man kann sich die Frage stellen, warum Jakobus schreibt diese Worte auf? Als würde Gott, der allmächtig ist und allgegenwärtig, sich von uns getrennt haben. David пишet in 138. Psalmen, куда пойду от Ducha твоего? David schreibt in dem Psalm, wo soll ich von deinem Geist fliehen? Er stellt sich diese Frage und zählt alle Möglichkeiten auf, wo er sich von Gott verstecken kann. Na небesse, куда-нибудь, куда-нибудь, oder sogar in der Welt. Irgendwo in den Himmel, irgendwo an den Seiten oder sogar unter die Erde. Und er sagt darauf, sogar dort bist du, Herr. Wenn du so schauen, wenn du diesen Psalm genauer anschauen, dann stellen wir uns die Frage, wie kann man sich von Gott so entfernen? Er ist immer bei dir. Er umzingelt dich immer. Und du kannst dich von ihm nicht verstecken. Aber Jakobus sagt, warum sagt er solche Wörter? Warum sagt er solche Wörter? Warum spricht er so genaue und deutliche Worte an das Volk Israel? Dass das Volk sich Gott nähern sollte. Das sind nicht irgendwelche Worte, die in Erinnerung gekommen sind. Das sind Worte aus der Verheißung. Und er wird sich euch nähern. Das sind sehr starke, mächtige Worte. Und heute brauchen wir sie besonders. Apostel Jakobus spricht hier, weil er wusste, dass das Volk Israel in einer sehr schwierigen Lage war. Nicht, weil sie in Verfolgungszeit waren. oder jemand sie bedrängt hat. sondern weil sie selbst ein sehr falsches Leben geführt haben. 4. Kapitel beginnt auch mit den Worten, woher ihr diesen Streit habt. Und Jakobus zählt einfach alle Dinge auf, die uns von Gott entfernen. Und er nennt sie sogar Ehebrechern. Er nennt sie sogar Ehebrechern. Heutzutage würden wir das anschauen und sagen, es ist vielleicht ein Bruch zwischen den Ehepartnern. Aber Jakobus spricht hier immer von der Sprache des Alten Testament. Von jedem Bruch von Gott. Wenn das Volk Israel bewusst die Götze angelegt hat. Das hat man Ehebruch genannt. Gott hat es so gesehen. Er hat es so gesehen. Und wenn es so gesehen hat, dann hat er es so gesehen. zwischen Mann und Frau ein Ehebruch geschah, hat er das an sich gespürt. Und hier sehen wir, wo das Volk Israel zum Teil den Herrn schon erkannt hat. Und hier leben sie in diesem falschen Leben. Diese Trennung, diese Grenze zwischen Judentum und Christentum ist noch nicht passiert. Es war alles so zusammen vermischt. Die Menschen waren auf der und auf der anderen Seite. Das heißt, es gab sehr viele Abweichungen. Die Menschen lebten in Sünden. Und deswegen spricht Apostel Jakobus diese Worte. Приbließe sich zu Gott. Und er wird sich euch nähern. Wir sehen, dass die Heilige Schrift sehr deutlich diese Momente uns zeigt, wenn wir vor Gott falsch wandern. Ich möchte euch noch ein Beispiel heute anhand des Buches Ruth zeigen. Das ist eine sehr lehrreiche Geschichte. Hier ist die Rede von der Zeit, wo das Volk Israel schon im verheißenen Land gelebt hat. Und es steht geschrieben, dass in damaliger Zeit die Menschen noch keine Könige hatten. Sie hatten einfach Richter. Und so haben die Menschen so gehandelt, wie sie es für richtig halten. Sie dachten, es wäre richtig so. Und in dieser Richter Zeit haben die Menschen ständig sich von Gott abgewandelt. Sie haben sich Götzen gesucht. Sie haben die Götzen angebetet von den Völkern, mit denen sie zusammen gelebt haben. Und es steht geschrieben, dass die Menschen, dass die Menschen damaliger Zeit, die es für richtig hielten, so zu leben, es durfte eine Hungersnot, in dem Land kam. Und so ein Mann aus der Stadt Bethlehem mit seiner Familie. Und so ein Mann mit seiner Familie macht sich auf den Weg nach Mahab mit seiner Familie. Weil er gehört hat, dass dort wirtschaftliche, nein, dass dort Lebensmittel einfach da sind. Sie haben dort eine gute Ernte gehabt. Und sie hatten genug Regen gehabt. Und sie haben entschieden, dass sie in dem anderen, fernen Land einfach überleben werden. Mahab, das war ein Volk, das Israel als Gegner war. Es steht auch geschrieben, dass die Moabiter nicht in die Gesellschaft des Herrn hineinkommen. Gott hat eine sehr klare Bestimmung zu diesem Volk gesagt. Sie wurden bestraft dafür, dass sie das Volk Israel, als sie an ihnen vorbeiging, nicht empfangen haben. sie waren sehr falsch gegen das Volk eingestellt. In ihrem Herz war einfach zerbost. Даже написано, dass sie sogar einen Baal gerufen, der dieses Volk verfluchen sollte. Und weniger noch, wenn die Menschen in diesem Land gelebt haben und den Idolen gedient haben, dann bestraft Gott dieses Land mit trockenheit. sie gehen trotzdem in dieses Land, dass Gott wieder ist. Für mich war es interessant, wie die Namen dieser Menschen übersetzt werden. Elimelech war übersetzt, dass mein Gott, mein König. Ruf имеет значение приятное. Rut bedeutet die angenehme. Und der erste Sohn hieß Mahlon, und der wird übersetzt wie der kränkliche. Und der Helion wird übersetzt wie der dahingehende. Interessant, dass Gott bei prerождения in diesem Land in diesem Land in diesem Land nennen seine Kinder. Interessant, dass vor der Geburt der Kinder Gott schon eine Eingebung den Eltern gibt, wie sie ihre Kinder nennen sollen. Und wir sehen aus dieser Geschichte, dass diese Söhne tatsächlich keine Kinder hatten. Sie waren genauso wie der Herr ihnen die Namen gegeben. Sie waren kränklich und sie waren dahin. Obwohl sie auch geheiratet hatten und ihre eigenen Frauen hatten, konnten sie aber keine Nachkommen geben. Und nach gewisser Zeit sind sie einfach verstorben. Sondern die Menschen, die Menschen von Gott und die Menschen, die anderen Götter anbelangt, sie haben kein Segen. 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 Sie tun sich selbst beraubt von diesem Gefühl. Aber als sie hörten, dass in ihrem eigenen Land die Menschen wieder zu essen haben, dann ist diese Frau Naomi, die ihren eigenen Mann und auch ihre beiden Kinder verloren, sie beschließt, in ihr eigenes Land zurückzukehren. Nichtsdestotrotz, dass diese Frau so einen Schlag bekommen hat, sie hat einen Schmerz in ihrem Herzen verspürt. Und sie hat sich mit diesem Fluch einfach abgefunden. Sie war auch mit dieser Bestrafung einverstanden. Sie sagte sogar, nennt mich nicht mehr Naimi. Nennt mich einfach mit einem anderen Namen, weil das Name bedeutet, der Bitteren bedeutet, der Bitteren bedeutet, denn Gott hat mein ganzes Leben wie soll ich mich im Herrn denn freuen? Wie kann ich denn angenehm sein? Wenn Gott mich so sehr einfach bestraft hat. Aber in dem Moment, als sie wieder zu Gott zurückzukehren, oder genauer gesagt, in das Land zurückzukehren, wo sie früher geliehen hat, hat sie Gottes Segen bei sich gesehen. Und dieser Segen kam durch ihre Schwiegertochter, die beschlossen hat, bis zum Schluss mit ihrer Schwiegermutter zu bleiben. Gott sagt, in 16 stich. Du hast sie etwa gegründet, nicht mehr mich zu lassen, und verastet sich von dir. Aber wenn du da bist, dann, und ich gehe da, dann bin ich. Und die du da bist, du da bist, da bin ich. Niemand braucht dein, bin ich der Mäestra, und dein Gott, mein Gott, Wir sehen, dass hier nicht einfach Worte genannt werden, die für den anderen Menschen angenehm sind. Das war eine feste Entscheidung. Wo du hingehst, da gehe ich auch mit dir hin. Wo du stirbst, möchte ich auch sterben. Dein Volk ist mein Volk. Aber schaut mal genau hin, was das Wichtigste ist. Heute wandern die Menschen in andere Länder aus. Die Menschen aus Russland sind hierher gekommen, aus unterschiedlichen Nationalitäten. Aber sie zeigen Treue zueinander. Aber hier waren ganz andere Worte gesagt. Sie sagen, dein Volk wird mein Volk. Sie hat verstanden, dass der Gott Israels, der größte Gott ist. Man kann ihn nicht an die Seite von den Göttern stellen, die sie angebetet haben. Und wir sehen, dass durch diese Worte der Segen wieder zurück zu der Naomi zurückkam. Und obwohl sie eine Moabiterin war, Gott hat seine eigenen Regeln. Wenn du tatsächlich von ganzem Herzen den Herrn suchst, dann kann er das, was er einst zu dem ganzen Volk gesagt hat, kann er in deinem Leben aber verändern. Und wir wissen, dass durch diese Worte kam David zur Welt und auch Jesus. Das heißt, sie ist das Kettenglied, несмотря на то, dass Gott einst so heftige Worte gegen das Volk, Moabiter Volk gesagt hat, dass sie nicht in die Gesellschaft Gottes hineingehen. Und Ruth hat einfach diesen Gott lieben gelernt. Sie hat ihr Herz für ihn aufgemacht. Sie hat sich ihm genähert. Und er hat sich ihr genähert. Heute ist das Wort Gottes an uns, das einst zum Volk Israel gesagt wurde. Jeremia, он пишet в 31-й главе, по-моему. Jeremia schreibt in 31-й Kapitel. 3. Vers Ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Aus der Ferne ist er uns erschienen. Worüber sprechen diese Worte? Wir sehen, dass Jeremia nicht irgendeine Geschichte aus dem Volk Israel hat. Man muss gewisse Menschen kennen, gewisse Könige. Das ist die Geschichte, wo Gott versucht, das israelische Volk zu erreichen. Nesмотря auf alle diese Probleme, die sie пережiveten. Unabhängig von all den Kriegen und der Schlacht, die sie erleben mussten. Nesмотря auf alle diese Probleme, die sie in den Kriegen mussten. Unabhängig davon, dass sie auch in den Exil mussten. Nesмотря auf alle diese Probleme, dass sie sich von Gott entfernten. Jeremia sagt Jeremia hier aus der Ferne ist Gott mir erschienen. Nicht einfach zu Jeremia gekommen, sondern zu dem ganzen Volk Israel. Weil Gott uns liebt. Weil Gott uns liebt. Er liebt sein Volk. Und er hat noch nicht mehr den Gedanken dafür, das ganze Volk zu verhindern. ohne irgendein Nachtrauen, Reue zu haben. Er macht alles dafür, um das Volk Israel zu sich näher zu ziehen. Und vorher sagt er im zweiten Vers, ziehen dann durch die Wüste zurück. Nein, das steht hier nicht. Denn ich, der Herr, habe erbarmen mit ihnen. Es stimmt nicht. Ich gehe mit dir. Um dich zu trösten. Woher kommt der Herr? Aus der Ferne. Das heißt, das Volk Israel war dem Herrn so fern, dass er aus der Ferne zu diesem Volk kam. Nesмотря на то, dass Pistanie sagt, dass sie sich mit mir nähern. Aber sie nähern sich nur mit dem Mund. Und das Herz bleibt trotzdem weiter in der Ferne. Das ist nicht die Nähe zu Gott. Das ist genau das, wo der Mensch sich von Gott entfernt. Man kann mit Gott wandern. Ja, so sichtbar. Aber ihm trotzdem sehr fern bleiben. Erinnert ihr euch, als Jesus Christus auf dieser Erde war? Es steht geschrieben, dass das Volk ihn bedrängt hat. Sie waren ihm so nahe, dass er sich vielleicht nur durch kleine Schritte bewegen konnte. Und so berührt ihn eine Frau. Und aus ihm kommt Kraft heraus. Und er dreht sich zu den Menschen um und fragt, wer hat mich gerade eben berührt. Was haben ihm die Jünger geantwortet? Schau doch hin, wie viele Menschen hier sind. Tебä tessnit народ. Das Volk drückt dich zusammen. Und du fragst, wer mein Gewand berührt hat. Aber er hat gespürt, wie diese Kraft aus ihm herauskommt. Und diese Frau, die ihn berührt hat. Sie sprach aus ihrem Herzen, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. Weil sie all ihr Vermögen für die Ärzte ausgegeben hat. Aber heute hat sie sich an diese Hoffnung, an das Herz gehalten hat. Und hat in ihrem Herzen mit Glauben gesprochen. Wenn ich ihn berühre. Und Jesus Christus sagte zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Meine Freunde, damit wir heute dem Jesus folgen können, ihm uns nahe kommen, um mit ihm zusammen zu wandern, das bedeutet nicht einfach zum Gottesdienst, das bedeutet auch nicht, dass ich ein Mitglied der Gemeinde bin. Ich kann mich mit dem Mund dem Herrn nähern, aber ihm mit meinem Herzen trotzdem sehr fern bleiben. Deswegen sagt Jakobus in seinem Brief, Vernähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Очistите руки, Gräschники, исправьте сердца, двöidушные. Reinigt eure Hände und verbessert eure Herzen. Das bedeutet nicht, dass dort, wo bei uns desinfektionsmittel steht, worum wir unsere Hände säubern können. Das bedeutet auch nicht, dass wir unsere Hände einfach waschen können mit Sein. Das bedeutet viel mehr. Das bedeutet auch in unserem Zustand, wenn du nur durch das Blut Jesu Christi kannst. Hier ist die Rede von den Herzen. über die Entzweihung der Herzen. Dann, wenn der Israel-Narod bekleinend ist und Gott, und Eidolom, das bedeutet nicht, dass das Volk Israel dem Gott und den Eidolen gedient hat, das spricht hier von einem halbierten Herzen, einem zweiten Herzen. Das ist das, was das bedeutet. Das Herz hat noch nicht den Weg gefunden, das in das ewige Leben führt. Wir haben immer noch zweideutige Gedanken. Deswegen, wenn wir heute so viele unterschiedliche Informationen hören, wo sind wir dann? Wenn ich über dieses Thema nachgedacht habe, habe ich mich an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Hitler kam in 1933. Aber er kam in die Arena in den 30er Jahren. und hat eine sehr starke Matze. Er hat einen sehr starken Kameraden gehabt. Das war der Kämlitz. Das war der Kämlitz. Also der, ok. Dieser Mensch wurde mächtig dadurch, dass er die ganze Information einfach in seine Hände genommen hat. Die ganzen Medien waren unter seiner Kontrolle. Und seine Aufgabe bestand darin, um das Volk zu propagandieren. Damit Hitler zur Macht kommt, hat man drei Jahre gebraucht. Denn zu damaliger Zeit, als Hitler auf die Arena kam, da war das ganze Volk gegen ihn. Die Menschen waren einfach müde von dem Land. Und die Menschen wollten auch keinen Krieg führen. Weil Deutschland geschwächt war. Aber die Propaganda, его Soratnika Gebelsen, она изменила все. Es hat alles verändert. Ich möchte ein paar Auszüge aus seiner Propaganda vorlesen, auf die er sich sehr gestützt hat. Er sprach, dass Propaganda ein sehr starkes Werkzeug in den Händen von... Von den Menschen auszüge. Von den Wissenschaften? Von den Wissenschaften. Von den Wissenschaften. Von den Wissenschaften. Второе. Это было... Propaganda должна действовать больше на чувства, чем на разум, так как масса в сущности имеет женственный характер, Die Propaganda muss sich begrenzen auf das Minimumum und ständig wiederholt werden. Beständigkeit ist das, was den Erfolg bringt. Wenn wir heute in die Statistik schauen, dann unterscheidet es sich sehr stark von den ersten Tagen der Pandemie. Die Menschen wollten am Anfang nichts. Aber wenn ihnen ständig über das eine gesprochen wird und ständig wiederholt wird, dann machen sie es. Die Menschen waren gegen diese Vakzine. Jetzt sind die Menschen darauf eingestellt, gezielt eingestellt, um diese Vakzine einzuführen. Und der Prozentsatz ist jetzt viel höher. Das heißt, es gibt sehr viele solche Beispiele. Warum das genau geschieht. Weil die Menschen jeden Tag diese Informationen bekommen. Und die Meinung der Menschen wird verändert. Der Mensch bewegt sich durch diese Propaganda auf unsere Gefühle. Es möchte den Menschen einfach erweichen. Wenn du sagst, dass du heute diese Impfung nicht haben möchtest, dann bist du gleich zu den Querdenkern abgestattet. Dann bist du ein unsozialer Mensch. Dann bist du jetzt schon rechtsradikal. Und so weiter. Und so weiter. Warum? Weil ich schon am Anfang gesagt habe, dass wir einfach andere Gefühle bekommen. Wir verlieren unseren Frieden. Wir verlieren diese Liebe. Wir verlieren diese richtige Beziehung. Wir sprechen sehr negative Worte. Negativ sind negative Dinge. Aber das Wort Gottes spricht wieder und wieder zu uns. Und es spricht davon, dass wir tatsächlich in den Jahren suchen. Dass wir nicht einfach auf diese Welt schauen. Denn Jakob spricht auch, die Freundschaft mit der Welt ist auch die Feindschaft mit Gott. Wenn wir Gott auf die zweite Stelle stellen stellen. Wenn wir Gott auf die zweite Stelle stellen. Wenn wir sein Wort in eine unnützige Position bringen. Dann kommt auch dieser Unglück. Nieminne hat ihn Gott verlassen. Und ist in das Land der Moabiter gegangen. Aber dort hat sie ihren Frieden nicht gefunden. Dort hat sie noch eine größere Niederlage empfangen. Wenn dort in ihrem Land hat sie einfach Hunger zu unterspüren. Und ein Mangel an Brot. Aber da hat sie die Möglichkeit gehabt, mit Gott zu bleiben. In der Moabiter hat sie das und das verloren. Sie hat noch mehr eine Niederlage empfangen. Sie hat ihren Mann und ihre Söhne verloren. Trotz, dass sie in dieser Zeit Brot in ihrem Haus hatte. Wollen wir mit der Welt sein oder mit Gott? Знаете, Asaf, он свое время тоже очень сильно spätknулся. Wisst ihr, der Asaf in seiner Zeit ist auch einmal sehr gestolpert. Das war ein Priester, das war ein Priester, der vor Gott gestanden hat. Der in seinem Tempel dem Herrn gedient hat. Aber eins ist er sehr gefallen. Er ist sehr stark gestolpert, weil er seinen Blick in eine andere Richtung gerichtet hat. Er hat sie mit seinem eigenen Leben verglichen. Er wurde ihnen neidisch. Und er sprach in seinem Herzen, warum fass ich? Warum bete ich meinen Gott an? Warum suche ich ihn? Wenn mein Leben so nüchstig ist. Люди этого мира живут намного лучше. Die Menschen in heutiger Zeit nicht mehr zufrieden. Und haben keine Schwierigkeiten gehabt. Und das hat eine gewisse Zeit angedauert. Wir können genau so sein, wie dieser Mensch. Wir können mehr auf diese Welt schauen. Wir können mehr auf diese Welt schauen. Wir können das von dieser Welt rausnehmen. Wir können свою will, свои эгоistische чувства ставить выше Slova Bожьего. Was uns nützlich ist, unsere эгоistischen Wünsche einfach vor Gott stellen. Und dann etwas von Gott zu erwarten. Wir wollen dies und jenes haben. Der Mensch, der zweideutig denkt, wird an diesem Weg nicht bestätigt. Er ist Gott nicht treu. Gott möchte, dass du ihm vollständig bist. Gott möchte, aber dass du ihm vollständig bist. Er möchte, dass dein Herz ihm ganz gehört. Und Asaf hat es verstanden. Als er in den Tempel, in der Heiligen Geistung, als er zu seinem Gott gebetet hat. Als er tatsächlich von ganzem Herzen anfing, er hat verstanden, dass er nur mit Gott den Segen anfangen kann. Und er spricht im 73-ten Ende des 73-ten Psalms. Er nimmt an das, was Gott den Menschen gibt. Er sagt, вот удаляющиеся, 27-й stich, вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Он проводит такой параллель между знающими Бога и незнающими. Er zeigt hier eine параллель zwischen den Menschen, die Gott kennt und nicht kennt. Er sagt hier, die Menschen, die sich von dir entfernen, die in dir absolut nichts finden können, sie verlieren dich, sie sterben. А мне просто благо приближаться к тебе. Он приблизился к Богу и получил через это благословение. Он пережил снова эту близость с Господом. Приблизьтесь к Богу, говорит Писание. Нährt euch Gott durch die Schrift и приблизьтесь к вам. И он будет sich euch nähern. Мы можем ходить с Богом. Мы можем ходить с Богом. Знаете, Писание очень конкретно говорит такая яркая картина, перед нами можно представить. Wisите, die Heilige Schrift, die zeigt uns ein sehr klares Bild. Когда ученики ходили с Иисусом, als die Jünger mit Jesus Christus gegangen waren. Написано было, что кроме этих 12 людей было очень много. Es steht, ist geschrieben, dass trotz der 12 es noch ganz andere, viele andere Menschen gaben. Но почему они искали Христов? Aber warum haben sie nach Jesus nicht gesehen? Почему они иногда ходили с Ним? Warum sind sie nur ab und zu mit Jesus gewesen? Потому что в чем-то нуждались. Weil sie etwas gebraucht haben. Они ели хлеб и насытились. Они услышали что-то, что не могли дать первосвященники и книжники. Они видели, что исцеление происходит. И шли за Ним. Но когда появляются в их жизни или в разуме, они слышат такие слова, кто не ест моего хлеба, потому что сам Христос называл себя хлебом, или точнее сказать, плоти моей, тот не мой, тот не будет иметь жизни вечной. Как можно есть плот человеческом? И написано, отошли от Ним. И написано, отошли от Ним. То есть встали далеко, далеко от Иисуса. Мы сегодня точно так же можем отойти от Иисуса, если не пребывать в Его Слове. Если позволить этому миру вдавливать нам что-то, свои какие-то идеи. Если думать так, как думает этот мир, мы можем точно так же отойти от Иисуса. Или можем следовать за Ним, но издали. Иеремия говорит, что издали явился мне Господь. Ворот, израильский вроде бы был с Богом. Но если бы он был действительно близко к Богу, если бы он действительно жил в их сердце, то не писалось бы это слово «издали явился мне Господь». Помните, наступил момент в жизни Петра, когда Христос сказал, что ныне оставите меня. Петр говорит, я не оставлю тебя. Если даже все отрекутся от тебя, я никогда не отрекусь. А Христос говорит, не пропоет Петру, как ты трижды отречешься от меня. В тот момент уже Петр шел не нога в ногу. Он уже отдалился от Христа. когда взяли Иисуса Христа в Гитиманском саду, когда взяли Иисуса Христа в Гитиманском саду, так говорит Писание. Раньше он ходил просто рядышком с Ним. Он шел за Иисусом. Он показывал свою веру, которая действительно нам нужна, для того, чтобы угодить нашему Богу. Он шел за Иисусом издали. Знаете, Бог все равно не разочаровался в нем. Иисус не упрекнул его. Иисус точно так же говорит, как Иеремия. Люблю тебя. Приблизься ко мне. Бог говорит, иду спасать Израиля. Почему? Да потому, что его любовь вечная. Она не прекращается, потому что ты чем-то огорчил его. Иисус никогда не встанет тебе спиной. Если ты вдруг упадешь, если вдруг ошибешься, потому что его любовь, она сильная. Мы говорили о том, что Бог спас нас прежде вековых временах. Но это спасение явилось в последнее время в Иисусе Христе. Бог стоит за тебя. Бог стоит за каждого из нас. Он хочет общения с нами. Он хочет, чтобы мы доверялись Ему. И поэтому Слово сегодня звучит к нам. Поэтому это слово сегодня звучит к нам. Приблизьтесь к Богу. Няяй тебя, Бог. И приблизьтесь к вам. И Он будет sich тебе nähern. Не будь другом этому миру. Sei kein Freund dieser Welt. Потому что, кто является другом этому миру, он становится врагом Богу. Очистите руки из грешники. И свои сердца двоедушны. Бог хочет твоего сердца. Бог хочет, чтобы сердца наши были чистыми. Он хочет, чтобы наши сердца были чистыми. Ты не омоешь это сердце ничем. Ты не омоешь это сердце ничем. Как только кровью Иисуса Христа. Стоять вблизи. Это пропустить омовение крови. Стоять за Иисусом. Где-то издали. Это значит быть очень и очень далеко. С сердцем своим. Пусть Бог поможет нам. И мы сейчас просто в молитве своей. Войдем к нему. В это святилище. Как некогда вошел Ассав. Который осознал свою нищету. Который понял, что без Бога он никто. И который пережил благословение Божие. Который пережил просто прощение его. И ощутил, как благ Господь ему. Он говорит, мне благо приближаться к Господу. Он говорит, мне благо приближаться к Господу. Хочешь ли быть благословенным. Хочешь ли пережить снова эту благодать Божию. Wenn ты снова эту благодать Божию. Я думаю, что каждый знает себя лично в совершенстве. Я думаю, что каждый из нас знает себя лично в совершенстве. Он побежит тебе навстречу. Он побежит тебе навстречу. Он этого желает. Он это предлагает. Когда Отец увидел своего сына. Который возвращался, расточив свое имение. Написано, что когда он еще был далеко. То есть, издали Отец увидел его. Это означает, что он его из худалого, оборванного, нищего. Он побежал к нему навстречу. Он пал к нему на шею. И целовал его. Он радовался. Он радовался. Что сын его пришел опять домой. Что сын его пришел домой. Бог ждет нас сегодня. Бог ждет каждого из нас. Он хочет, чтобы ты сегодня заглянул в свое сердце. Он хочет, чтобы ты сегодня заглянул в свое сердце. Он хочет, чтобы ты с ним был. Он хочет, чтобы ты с ним был. Мы будем молиться.